Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute zeigen wir euch, wie ihr eine effektive und umweltfreundliche Schneckenfalle mit nur zwei Tontöpfen selbst bauen könnt. Dies ist eine großartige Methode, um viele Schnecken an einem Ort zu fangen. Viel Spaß beim Schauen. Im Moment tummeln sich in unserem Garten aufgrund des nassen Wetters viele Schnecken. Vor allem die gefräßigen Nacktschnecken suchen unsere Beete auf und richten dort einen gehörigen Fraßschaden an. Wir wollen heute einmal eine weitere Schneckenfalle aufstellen, die es uns ermöglichen soll, möglichst viele Schnecken auf einen Fleck absammeln zu können. Wir testen mal, ob das bei uns funktioniert und effektiv ist. Lass uns loslegen. Für den Bau der Schneckenfalle braucht ihr lediglich zwei unterschiedlich große Tontöpfe mit Loch und etwas Lockmaterial, wie beispielsweise Gurkenscheiben oder Salatblätter. Beginnt damit, einen flachen Platz in eurem Garten zu wählen, vorzugsweise in der Nähe der Pflanzen, die am meisten von den Schnecken heimgesucht werden. Dieser Ort sollte leicht schattig sein, da die Schnecken Feuchtigkeit und Dunkelheit bevorzugen. In unserem Fall werden vor allem die Funkien von unseren Schnecken geliebt, weshalb wir sie in der Nähe platzieren. Bevor die Tontöpfe zum Einsatz kommen, legen wir sie einmal kurz ins Wasser ein, damit die Falle besonders attraktiv für die Schnecken wird. Legt nun eure ausgewählten Köder aus. Wir haben Gurkenscheiben verwendet. Alternativ könnt ihr auch eine Mischung aus Wasser, Zucker und Hefe verwenden oder was die Schnecken sonst so gerne fressen oder wovon sie sich angezogen fühlen. Dann stülpen wir den kleineren Tontopf kopfüber über die Lockmittel. Anschließend kommt darüber dann noch der größere Topf. Schon ist die Falle fertig. Das feuchte Milieu zusammen mit dem köstlichen Duft der Köder lockt die Nacktschnecken an. Nun müssen wir die Schnecken nur noch absammeln und entsorgen. Das macht ihr am besten in den frühen Morgenstunden oder aber in der Abenddämmerung, denn dann sind die Schnecken am aktivsten. Wenn ihr wissen wollt, wie man am besten mit abgesammelten Schnecken umgehen soll, dann schaut auch gerne unser Video dazu an. Wir haben es euch in der Infobox verlinkt. Achtet in der nächsten Zeit darauf, dass die Tontöpfe feucht bleiben, indem ihr sie mit einer Sprühflasche besprüht oder die Töpfe wieder kurz ins Wasser einlegt. Füllt bei Bedarf den Köder nach und stellt sicher, dass die Falle sauber und attraktiv für die Schnecken bleibt. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Schnecken fangen. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaut euch auch gerne unsere weiteren Videos zum Thema Schneckenbekämpfung an. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schaue gern auch auf unserem Magazin unter www.gartenseile.de oder auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Bis zum nächsten Mal.